Guter Schuss, verdeckter Versuch von O'Reilly aus knapp 18 Metern. Rodriguez zusammen mit Wombeck, wieder Ebi Wombeck, am Strafraum wartet, schaut, das war viel zu lässig. Angelt sich jetzt die Bälle weit, außerhalb des 16 Meter Raumes, quasi eine ähnliche Position wie Birgit Prinz und wird dort gefallt. Er hält sich den Knöchel, ist verletzungsanfälliger geworden in den letzten Jahren, Ebi Wombeck. Hier das Rauchspiel. Sie avanciert immer mehr zur Vorbereiterin im Team der Amerikanerinnen. Fünfmal blendende Vorlagen zuletzt, die sie gegenbringe zum 1 zu 0, Ching. Jetzt der Freistoß für die Amerikaner. Gute Stunde absolviert hier in Dresden.